Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assos unterwegs. Und so wollten wir heute ein kleines Opening machen. Ich habe nämlich ja meinen Horden-Char nebenbei immer über Arena-Geplänkel hochgespielt, schrägstrich hochgeleasht. Und der ist mittlerweile jetzt auf Stufe 120 gehittet. Und ja, dafür habe ich jetzt aber auch ein paar Kisten im Inventar. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen Gier rauskriege, denn naja, da der halt nichts gequestet und nichts gemacht hat, hat er hier sein Gammel-Gear an, sogar teilweise noch 116er-Item-Level. Also das sind sogar die Herloom-Items, die auf 110 stehen geblieben sind, höher. Ich glaube, das ist sogar vom Schar, ne? Wir wollen es uns gar nicht angucken. Auf jeden Fall hat er ein ziemlich dreckiges Gear und wird wahrscheinlich ziemlich aufs Maul kriegen, wenn ich jetzt mit dem irgendwas mache. Und deswegen hoffe ich, dass ich aus diesen Kisten ein paar Giersachen rauskriege. Und ja, sonst bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Denn, anders als es mir gesagt wurde, habe ich eben nicht die World Quest bekommen. Und zwar war es ja eigentlich, nach Aussagen von ein paar anderen Spielern so, wenn ich mit meinem Allianz-Lamain die World Quest freigespielt habe, dass ich sie quasi dann auch beim Twink bekomme. Das ist nicht der Fall. Und der hat jetzt 0,0 Ruf. Das ist, glaube ich, die erste Quest, die du ja machen kannst, die er angenommen hat. Und das war's, ja? Also wenn ich jetzt kein Gier kriege, dann bin ich aufgeschmissen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein. Und die erste Kiste hat mir ein Ehrenabzeichen gebracht. Und sonst nichts. Gib mir bitte hier Ehrenabzeichen. Ich kriege halt nur Ehrenabzeichen und Gold, ne? Ich glaube. Oh, oh, ich habe ein Gier-Item gekriegt. Oh, nice, ein Schmuckstück. Was ist denn das jetzt? 2,85. Okay, ein Item haben wir schon mal. Gut, okay. Das können wir gleich mal wegtun. So, jetzt ist mein Item da schon ein bisschen höher. Vielleicht kommen wir noch auf 200 zumindest. Nein. Oh, ich habe noch ein Trinket bekommen. Gut. Trinket Nummer 2. Okay. Nichts. Wieder nichts. Wieder nichts. Oh, oh, ne Waffe. Oh, ne Waffe. Sehr gut. Das ist sehr gut. Die ist halt einfach 100 Itemlevel höher als das, was ich hatte. Das ist sehr gut. Ne Waffe. Wunderbar. Okay, das war jetzt schon mal wichtig. Jetzt nehmen wir schon mal über 200. Nichts. Nichts. Und die BG-Kiste. Ah, oh, nichts. Okay, wir haben jetzt drei Items gekriegt. Es war jetzt keine dicke Ausbeute. Aber zumindest Trinkets und Waffen, das sind ja die Sachen, die am wichtigsten sind. Was habe ich denn hier? Das ist ein Use und das ist ein beim Anlegen. Okay. Ja, gut. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die anderen Items noch auftreibe. Ob ich doch noch questen muss oder ob ich Rears klatsche. Gleich Instanzen werde ich wahrscheinlich nicht mal queuen können, oder? Jetzt mal reinschauen. Doch, 5-mal Instanzen kann ich sogar queuen. Aber hier brauche ich fast 100 Itemlevel, bevor ich ACs queuen kann. Okay, das war's mit dem kleinen Video. Ich, ähm, ja. Mich hat's gefreut, dass wir beiwarten. Ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Opening. Euer Tela. Bis dann. Ciao.